Und jetzt könnte es langsam dann immer lauter werden, wenn die Dätschiker liegen ja auf dem Hasen-Tippus. Wir fangen an mit dem Team Claudius Amibus. Das spielt in der weißen Seite der Claudio-Tippus. Das andere ist ja die grüne Seite, das ist ja fremde Tippus. Also ganz in weiß heute Claudius Amibus. Und dann grüßen wir zunächst mit der Nummer 1 Storwart Felix Wienwald. Mit der Nummer 16 ebenfalls Wienwald, Pascal Morell. Mit der Nummer 27, einem Eintracht-Runde-Punkerspieler kam zu uns vom FC Arsenal. Hier ist Mikael Silvestre. Oha. Bis vor dem Jahr haben wir ganz rausgeschnitzt. Unsere Frauen-Bundschaft ist die Nummer 6 auf dem Hasen-84-Spieler für Werder Bremen. Marie-Louise Eta. Müsst ihr gleich kommen? Da ist sie. Dann. Hallo Marie-Louise. Willkommen zurück in Bremen. Danke für euch schon mal die Lange in den Renten gesehen im Stadionplatz. Da haben wir noch der Bühne gesessen. Jetzt sehen wir wieder ein Ticko. Und die Nummer 17 trägt, Sebastian Bönisch. Nichts mehr Nummer 5 dabei. Einen Applaus für Johannes Rössmann. Nichts mehr Nummer 24 im Mittelfeld. Daniel Böger. Mitte 18. Noch nicht so sehr lange her. Wir freuen uns, dass er wieder da ist. Felix Kroos. Applaus 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 Die Bühne von solchen Spielen, dass es immer wertvoll ist, in einer Mannschaft Spiele zu haben, die laufen können. Das Team, die Klaus am Himmel ist, hat einen großen Vorteil. Sie haben die Nummer 35. Sie haben Maxi Engelstein. Applaus 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 Juri! Den nächsten Mal haben wir ihm schon wieder vorgesehen. Er hat sich akrimisch vorbereitet auf diese Spiele und von ihm ist einiges zu erwarten. Und mit der Nummer 8, Joko Winterscheid! Du hast nur die Brille, ne? Ebenfalls etwas überraschend dabei, und wir freuen uns sehr, dass ihr jetzt hier vor 3, Max von der Träume! Applaus So, das heute ist der Tag mit Claudio Mizzaro. Die konnte leider nicht kommen, aber wir haben Claudios Bruder. Und er heißt Diego Mizzaro! Sieht auf, wie sie dir geschickt. Er hat nicht mehr hingewiesen, er wechselte von unten zum FC Chelsea. Und jetzt ist er wieder zurück, der Nummer 11, Marco Marie! Der folgende Mann hat uns viel, viel Freude und relativ gut unser Trikot getragen hat. Er schien nach vielen Verletzungen schon so ein bisschen abgeschrieben von Martin. Martin Eintracht Braunschwein geholt, jetzt schießt er noch das Tor und Tor und Tor. Und wir sind glücklich, dass er heute hier ist, unsere Nummer 20, Anthony Uta! Das kommt noch heute, Anthony Uta! Anthony Uta! So, auch der Eintracht Braunschwein ist zurück in Bremen. Auch der hat uns viel, viel Freude gemacht. Er trinkt heute in Nummer 9. Und wir sind froh, deswegen hatten wir uns froh, dass wir ihn wiederkommen. Wir sind froh, dass wir ihn wiederkommen. Merkt AMIT! Hier ist Merkt AMIT! Merkt AMIT! Ja, und die Höhepufe werden nicht weniger. Mitte Nummer 22, ich hoffe, die haben wir heute schon gesehen. Es ist Sinn. HAL! Vielen Dank für euch, dass wir heute den HAL! Die deutschen Läcke behalten die beiden für die Nummer 10 von Claudius Amigus. Claudius hat gehofft und er hat sofort gesagt, dass wir hier sind. Hier sind die 10 große Max Ruheper, Max Ruheper, Max Ruheper. Und als Trainer hat diese Mannschaft noch glaubenlos am lieben. Und wir sind froh, dass er heute zum ersten Mal wieder an unserem Stadion, der es hier ist. Florian! 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 Vielen Dank.